Beim 50er-Jahre-Styling kommt es ja nicht nur auf die Klamotten drauf an, nein, auf die Haare spielen eine ganz besonders große Rolle. Und Petra ist Hairstylistin und hat ein Opfer auserkoren, und zwar Regina, an der sie jetzt gleich eine 50er-Jahre-Frisur machen wird. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie hat man die Haare denn getragen in den 50er-Jahren, Petra? In den ersten Jahren der 50er-Jahre waren die Hinterköpfe nicht betont und dann ab der Mitte der 50er eben Rosshaarkissen mit rein. Und dann viele Wellen, viele Haarklammern, Strass und solche Sachen. Gut, wenn ich jetzt mal hier auf dein Tischchen gucke, da liegt eigentlich gar nicht so viel Haarklammern, Spray, Bürste und Spangen. Was du jetzt hier zauberst, das überlasse ich dir. Ich gucke mir Regina da nachher nochmal an. Vom Make-up her kann ich schon sehen, sind die richtigen Farben schon aufgetragen und der unvermeidliche Lidstrich natürlich auch. Petra, was hast du denn jetzt bei Regina frisurmäßig vollbracht? Also es ist alles toupiert worden, viel gekleistert mit Haarspray und dann ebenso hintrapiert worden. Ich habe da jetzt kein Rosshaarkissen reingemacht. Wollte ich gerade fragen, da ist jetzt nichts zur Unterstützung da hinten. Ich darf mal hier so greifen. Ist alles Naturhaar, man kann es auch platt drücken, aber es geht auch wieder nach oben. Also es ist eigentlich recht stabil. Ja, das ist eben jetzt eine Frisur Mitte bis Ende 50er und die wurde dann auch in den 60ern getragen.